Bitte geben Sie Ihre Koordinaten ein. 8912 Kilometer nach West-Nordwest. Neun Jahre in die Vergangenheit. Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Freitag, es ist wieder Zeit für eure Wissensreisenden. Denn wir sitzen schon wieder im Cockpit von unserem Raumzeitschiff bereit und wir, das sind der Jan. Hallo ihr Lieben. Und ich bin der Chris. Und wenn ihr unser Format schon kennt, nämlich die Tatsache, dass wir uns hier jede Woche gegenseitig eine Geschichte erzählen und der eine nicht weiß, was der andere gleich erzählen wird, der weiß auch, wenn ich anmoderiere, ist der Jan derjenige, der besser eine Geschichte dabei haben sollte. Und genau diese Hoffnung habe ich mit euch da draußen, dass er jetzt nicht Nein sagt. Ich werde euch alle nicht enttäuschen. Das finde ich hervorragend. Chris und ihr Leute da draußen. Bei meinen letzten beiden Geschichten war ich ja relativ östlich orientiert unterwegs. So russisches Zarenreich und so. Und ich habe mir gedacht, es ist jetzt mal wieder Zeit, so in unsere Gefilde ein bisschen zurückzukommen. Und darum sind wir heute in einer Stadt, die durch einen, wenn nicht sogar den berühmtesten englischen Volkshelden weltweit bekannt wurde. Selbst wenn seine Existenz historisch nicht wirklich belegt werden kann. Der Volksheld ist natürlich, du wirst es wissen, Robin Hood. Und die Stadt ist selbstverständlich Nottingham. Wir befinden uns im Jahr 2009 und stehen mit unserem Raumzeitschiff hier an der Meadow Lane. Aber auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt hier gelandet sind und hier der Großteil unserer Geschichte spielt, beginnt sie viel, 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 viel früher. Sie beginnt nämlich im Jahr 1862. Denn in diesem Jahr wird in Nottingham der Nottingham FC, später bekannt als Notts County FC, gegründet. Also ein Fußballverein. FC steht für Football Club. Das klingt erstmal überhaupt nicht spektakulär. Allerdings wird dieser Club allgemein hin als der älteste Fußballverein der Welt angesehen. Also ist die Gründung des Vereins doch schon echt was, was man als historisch bezeichnen kann. So langsam wird es mir unheimlich, du hast jetzt immer mehr diese Fußballreferenzen, du mutierst langsam zum Fußballkenner. Oh, warte, wir bleiben heute auch beim Fußball. Aber auch nicht so richtig. Noch vor der Gründung des englischen Fußballverbandes trug der Verein seine Spiele zunächst in Park Hollow auf dem Gelände des alten Schlosses von Nottingham aus. Im Jahr 1864 beschloss man aber, sich mit auswärtigen Gegnern aus England und Schottland zu messen, was dazu führte, dass man von der ursprünglichen Heimstätte des Vereins wegzog, um größere Zuschauerzahlen zu erreichen. Man brauchte einfach mehr Plätze. In den folgenden Jahren trat der Verein an zahlreichen Orten zu den Spielen an. Darunter auf dem Castle Cricket Ground, dem Town Ground von Nottingham Forest und dem City Ground. Die Hauptheimat des Vereins war jedoch ab 1883 die Trent Bridge, bis 1910 der endgültige Wechsel über den Fluss zur Meadow Lane vollzogen wurde, wo der Verein auch heute noch ansässig ist. Notts County war im ersten Länderspiel überhaupt vertreten. Denn da stand der Außenverteidiger Ernest Greenall im November 1872 für England gegen Schottland auf dem Platz und damit war er auch der erste Nationalspieler des Vereins. 1888 dann wurde Notts eines der zwölf Gründungsmitglieder der Football League und beendete die erste Saison auf einem sagenhaften elften Platz von zwölf. Ich wollte gerade fragen, ob es elf war. Allerdings zumindest noch vor Stoke City. 1890, 91 erreichten sie den dritten Platz in der Liga und das konnten sie auch in der Saison 1900 und 1901 wiederholen. In der Saison 1890, 91 erreichte Notts zum ersten Mal das FA Cup Finale, also sozusagen der DFB-Pokal des englischen Fußballverbandes und dort mussten sie sich aber den Blackburn Rovers mit 1 zu 3 geschlagen geben. Das war verdammt ärgerlich und fast schon peinlich, weil Notts die gleiche Mannschaft genau eine Woche vorher mit 7 zu 1 vom Platz gefickt hat. Wahnsinn. Am 31. März 1894 gelang dem Verein dann aber mit einem 4 zu 1 Sieg über die Bolton Wanderers im Finale des FA Cups die Wiedergutmachung. Das Spiel war aber auch noch aus einem anderen Grund denkwürdig. Nicht nur hat Notts zum ersten Mal da den FA Cup geholt, sondern Notts war auch schon damals leider die erste Mannschaft, die das Turnier gewinnen konnte, ohne in der höchsten Spielklasse, also sozusagen in der höchsten Liga zu sein. Weil 1893 waren sie schon in der Second Division gelandet. Und naja, an seine frühen Erfolge und die frühe glorreiche Zeit konnte der Verein nicht so richtig anknöpfen. Und er steigt über die Jahrzehnte im 20. Jahrhundert in den Ligen immer weiter ab und ist zum Jahrtausendwechsel eher in der vierten oder fünften Liga unterwegs. Das ist aber um die Jahrtausendwende auch nicht das einzige Problem, das der Verein hat, denn pleite ist er noch obendrauf. Und genau darum kommt der Verein dann auch erstmal für ein Jahr oder sogar für über ein Jahr in die öffentliche Verwaltung. Und es besteht wirklich die Gefahr, dass der älteste Fußballklub, den es auf der Welt dokumentiert gibt, seine Pforten schließen muss. Aber der Verein wird gerettet. Und zwar gerettet wird er durch seine Fans. Denn die gründen den Notts County Supporter Trust und sammeln dann Geld und finden auch noch einige Geschäftsleute, die auch noch Geld in die Hand nehmen und davon werden die Schulden des Vereins bezahlt. Und der Notts County Supporters Trust bekommt dadurch 30% Anteil an dem Verein und sitzt dementsprechend dann auch im Vorstand. Dadurch, dass einer der eben erwähnten Geschäftsmänner, ich habe leider den Namen nicht rausfinden können oder überhaupt die Geschäftsleute, die ganz zu Anfang da richtig viel Geld in die Hand genommen haben, aber dadurch, dass einer dieser Geschäftsleute weitere 30% bei seinem Ausscheiden aus dem Geschäftsleben an diesen Supporters Trust weitergegeben hat, bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt gehört der Großteil dieses Vereins den Fans. Und das ist die Situation, in der sich Notts County auch am Ende der Saison 2008, 2009 befindet, als sich so langsam die Geschichte anwandt, um die es heute eigentlich gehen soll. Besonders gut aufgestellt ist der Verein weder auf dem Platz noch finanziell, als, man kann es nicht anders sagen, plötzlich wie aus heiterem Himmel ein Wunder geschieht. Denn es kommt ein Mann auf den Verein zu und der sagt, Leute, ich habe eine Investmentfirma im Hintergrund, die würden gerne in den Verein investieren oder gegebenenfalls den Verein sogar kaufen. Und hinter dieser Investmentfirma stehen Mitglieder der barheinischen Königsfamilie. Also ihr könnt euch vorstellen, da gibt es richtig Geld. Und die wollen sich einen Verein kaufen und wollen den so aufbauen, dass sie ihn bis in die Premier League kriegen. Also sie wollen ganz oben im englischen Fußball mitspielen. Der Mann, der diesen Vorschlag unterbreitet, ist ein Mann namens Peter Trembling. Der hat in den Jahren zuvor zunächst in der Kreditkartenindustrie gearbeitet und war später auch der Commercial Manager beim FC Everton. So, und der hat halt eben diese Firma Monto Finance, die halt Finanzen von der barheinischen Königsfamilie hat und die gerne einen Fußballverein hätten. Das klingt halt nicht nur wie ein Wunder, das ist effektiv ein Wunder. Und die Verantwortlichen des Vereins, die können es einfach kaum fassen, als es wirklich gar nicht so lange dauert, bis sie dann gebeten werden, doch mal für ein verlängertes Wochenende mit Nachbar reinzukommen, um zu verhandeln. Vielleicht muss man an dieser Stelle sagen, dass das für einen englischen Verein genau zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte gar nicht so verrückt klingt. Klar, für einen englischen Viertligisten schon, aber es ist gerade zu dem Zeitpunkt erst ein knappes Jahr her, dass Sheikh Mansour aus Abu Dhabi Manchester City gekauft hat und mit unglaublichen Investitionen im ersten Jahr, der glaube ich 160 Millionen Dollar ausgegeben für Spieler und Personal, diesen Verein einfach an die Spitze katapultiert hat. Und nach Manchester City scheint jetzt halt der nächste orientalische Start auf der Suche zu sein nach einem Fußballverein, um in der Premier League mitzumischen. Und es ist ja eigentlich auch noch viel, viel spektakulärer, wenn man ein Team aus der 4. Liga bis an die Spitze bringt. Ja, da ist auch dann die erste Investition nicht ganz so hoch wie bei Manchester City. Über dieses Geschäft sprechen muss Peter Trembling, der halt im Namen von Monto dorthin kommt, mit John Armstrong Holmes. Das ist der Vorstand des Supporters Trust. Und ich habe ein Interview mit dem Holmes gesehen in einer BBC-Dokumentation und er erinnert sich halt daran, ja, man hat uns doch sehr, sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass die Königsfamilie involviert ist. Und es dauert halt auch nicht lange, bis er dann wirklich im Flugzeug sitzt, um nach Bahrain zu fliegen. Und Holmes ist echt total beeindruckt von dieser ganzen Geschichte. Immerhin kommt er gerade als Vertreter eines Viertligisten aus England in Bahrain an, wird ins Ritz-Carlton gefahren und da möchte man gerne mit ihm über die Zukunft des Vereins sprechen. Es geht dann halt erstmal in der Besprechung mit Monto Finance darum, wie ist die Situation eigentlich konkret beim Verein, finanziell, sportlich und was stellt sich Monto in Sachen Investitionen und Entwicklung des Vereins eigentlich wirklich vor. Was man natürlich verstehen kann, ist, die barenische Königsfamilie, wenn die schon sagen, wir werden jetzt Millionen in so einen Verein investieren, dann soll der Verein selber bitte auch nicht mehr als einen Pfund kosten. Und ja, Armstrong Holmes, das ist kein zu leichtgläubiger Mensch und der sagt dann erstmal, noch bei dem Meeting in Bahrain, Leute, wie sieht denn das aus dann mal mit einer Bankgarantie? Weil wenn ich jetzt wieder zurückfliegen soll und den Supporters Trust und die restlichen Vorstandsmitglieder überzeugen soll, für einen Pfund den Verein abzugeben, gebt mir bitte irgendetwas, was Gewicht hat. Und jetzt kommt hier in diese Geschichte noch ein Mann ins Spiel. Der ist auch bei diesen Verhandlungen dabei und sitzt aber da eher etwas ruhig rum und sagt wohl auch gar nicht so viel, zumindest bei diesen Verhandlungen. Und dieser Mann ist ein Mann namens Russell King. Und trotz der Tatsache, dass es ein Sonntag ist und Banken ja bekanntermaßen sonntags nicht so gerne arbeiten, ist er in der Lage, mit gar nicht so langer Zeit, eine Bankgarantie über 5 Millionen Pfund von der First London Bank zu besorgen. Die sagen ja, für 5 Millionen Pfund stehen wir ein, ist kein Thema. Und damit ist Armstrong Holmes schon recht beruhigt, weil er einmal sagt, okay, ich habe hier eine Bankgarantie von der First London Bank für 5 Millionen Pfund und was soll jetzt schon passieren? Immerhin haben wir das dann ja in der Tasche schon praktisch. Also wenn jetzt auf Basis dessen Geld ausgegeben wird, die stehen halt dafür ein. Ja. Also fährt er mit dem Schriftstück wieder zurück nach Nottingham und bespricht die Entscheidung mit dem Supporters Trust und den anderen Vorstandsmitgliedern. Aber den Namen Russell King, den sollten wir uns auf jeden Fall merken zumindest. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass er dauerhaft immer wieder klar bestätigt hat, dass er lediglich als Berater in dieses ganze Geschäft involviert ist und zu keiner Zeit Mitarbeiter von Monto war oder sonst eine Verbindung zwischen ihm und Monto Finance besteht. Also ein reiner Berater. Selbstverständlich. Ist auch wichtig. Mit der Bankgarantie und der wundervollen Geschichte hinter der Übernahme von ManCity ist der Supporters Trust vom Notz FC überzeugt. Und der Verein geht für ein Pfund an Monto Finance und die Mission Premier League soll in Angriff genommen werden, nachdem man in der letzten Saison mit Mühe und Not den Klassenerhalt in der vierten Liga geschafft hat. Aber jetzt ist ja auch das nötige Geld da, um den Verein erstmal mit ordentlichem Personal auf und neben dem Platz auszustatten, um das Ziel auch wirklich realistisch erreichen zu können. Es gibt da jetzt nur noch eine ganz, ganz kleine Nebensache, die in England geklärt werden muss. Denn wenn in England jemand einen Fußballverein kaufen möchte, dann gibt es da eine sehr, sehr genaue Überprüfung, wer den Verein denn kaufen möchte. Da zum Beispiel eine Regel klar besagt, dass ein verurteilter Straftäter kein Team in einer der obersten vier Spielklassen in Großbritannien besitzen darf. Und jetzt kommen wir nochmal auf die wichtige Nicht-Verbindung zwischen Russell King und der Firma Monto Finance zu sprechen. Denn Russell King ist ein verurteilter Straftäter. Und darum pausieren wir jetzt gerade mal kurz und schauen uns Russell King einmal etwas genauer an. So richtig in Erscheinung getreten in der Geschäftswelt ist er erstmals in den 80er Jahren als Vorsitzender der Celebrity Group Holdings. Das war eine Verlagsgesellschaft mit Sitz in Kingston upon Thames. Und dieser Verlagsgesellschaft gehörten Titel wie Basketball Monthly und die waren auch an der Übernahme von weiteren Zeitungen wie zum Beispiel The Post interessiert. Außerdem gehörte Celebrity Group Holding die Firma Zodiac Toys. Das war eine Kette von Spielzeugläden, die 1990 in Konkurs ging. 1991 wurde King wegen Versicherungsbetruges zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er versucht hatte, 600.000 Pfund für seinen ersten Martin Sagato zu verlangen, den er als gestohlen gemeldet hatte. Der Wagen wurde aber in der Garage eines Geschäftspartners entdeckt und dementsprechend gab es kein Geld von der Versicherung, sondern erst mal Knast. Während seiner Haftzeit wurde die Celebrity Group Holding liquidiert und wurde von Credit Corp auf 684.000 Pfund verklagt. Die warfen halt den Direktoren von Celebrity Group Holdings und natürlich auch Russell King betrügerisches Verhalten vor. Damit noch nicht genug der seltsamen Geschichten um den Mann, der zwar einige Strippen beim Deal von Notts County in der Hand zu haben scheint, aber natürlich nur als Berater tätig ist. Mitte der 2000er Jahre war King an einem auf Jersey ansässigen Unternehmen namens Belgravia Financial Services Group beteiligt. Nach dem Tod eines Geschäftspartners im Jahr 2008 manipulierte King einen Angestellten des Unternehmens und brachte ihn damit dazu, 671.000 Pfund aus dem Unternehmen auf sein eigenes Konto zu überweisen. Außerdem verkaufte er dann sogar noch die Sammlung wertvoller Nummernschilder seines verstorbenen Geschäftspartners und anstatt der Witwe die Kohle zukommen zu lassen, hat er das Geld einfach behalten. Prima, ganz tolle Typ. So, und als dann das ebenfalls auf Jersey ansässige Unternehmen Close Finance die Rückzahlung von ungefähr zwei Millionen Pfund forderte, weil die zwei Millionen Pfund hatten sie Belgravia geliehen, hat Russell King sich gedacht, jetzt ist es schlauer abzuhauen und ist nach Bahrain geflohen. Und genau dieser Russell King ist ja Gott sei Dank nur Berater und Vermittler innerhalb dieses Geschäfts und nicht der eigentliche Käufer. aber ich habe ja eben gesagt, du musst als Person sehr genau überprüft werden, wenn du einen Verein kaufen willst. Dementsprechend, wer steckt denn nun ganz konkret hinter Montofinance? Und das ist dann jetzt der Punkt, an dem die Geschichte anfängt skurril zu werden. Aber es ist trotzdem erst der Anfang. Denn so genau weiß das eigentlich keiner der Leute, die da miteinander reden. Auch keiner bei Nodds County kennt irgendeinen Namen von denjenigen, die da eigentlich die Kohle reintun sollen. Die Leute im Hintergrund scheint komischerweise nur Russell King zu kennen und er hüllt sich darüber einfach in Schweigen. Aber er verkauft glaubhaft Bahrainische Königsfamilie. Okay. Und der Anwalt von Nodds County schafft es tatsächlich bei der Football Association durchzukommen, ohne irgendeinen Namen von Leuten im Hintergrund zu nennen, die diesen Verein kaufen wollen. Und zwar mit diesem Passus in seinen Dokumenten. Munto is owned by undisclosed interests under a discretional trust. Das bedeutet, Munto befindet sich im Besitz nicht offengelegter Interessensgruppen im Rahmen einer Treuhandgesellschaft mit Ermessensspielraum. Das sagt präzise gar nichts. Und hab auch ein schönes Interview mit dem Anwalt gehört, der auch gesagt hat, ich bin davon ausgegangen, damit niemals und unter gar keinen Umständen durchzukommen. Aber die haben einfach nur gesagt, ist okay. Und ja, die FA gibt sich halt damit zufrieden. Weil sie haben Russell King auf dem Radar. Aber dadurch, dass der da nicht drin vorkommt, scheinen sie wohl erstmal beruhigt zu sein. Also da steht dessen Name nirgendwo drin. Also ist ja erstmal alles gut. So, der Supporters Trust setzt aufgrund der Ausführungen von Armstrong Holmes über das Meeting in Bahrain und auch über die Pläne mit dem Verein und mit der Bankgarantie setzen sie jetzt wirklich auf das bahrainische Geld. Ja, das kommt ja jetzt in Strömen auf den Verein zu und dementsprechend sagt der Supporters Trust, ja, wir werden jetzt unseren Verein, den wir mit Hunderttausenden von Pfund gerettet haben vor ein paar Jahren, für einen Pfund weiterverkaufen. Ja, und jetzt kann es ja richtig losgehen, damit den Verein nicht nur konkurrenzfähig zu machen, sondern mit dem Verein in die rosige neue Zukunft zu starten. Ja, und jetzt werden natürlich erstmal Leute eingekauft. Und der erste wirklich große Name, der in Nottingham an Bord geholt wird, ist Sven Göran Eriksson, seines Zeichens ehemaliger Nationaltrainer von England und später auch Trainer von Manchester City. Das Angebot, das ihm gemacht wird, ist für ihn halt auch einfach zu gut. Es gibt einen Fünfjahresvertrag als Sportdirektor des Vereins mit einem Jahresgehalt von zwei Millionen Pfund und der Möglichkeit, mit freiem Handlungsspielraum und dem nötigen Portemonnaie dieses Team richtig aus der Versenkung zu holen. Und er hat sich einfach gedacht, ey, das ist einfach mega. Es ist mega, weil super, super Chance. Mit Sicherheit war das Gehalten echt überzeugender Grund für Eriksson, aber seiner eigenen Aussage nach war es wirklich auch die sportliche Herausforderung, die ihn gereizt hat, eben diesen Klub Premier League fähig zu machen. Und schon bald kommen dann auch die ersten richtig großen Namen dieser Zeit für Nottingham ins Gespräch. Darunter auch zum Beispiel Namen wie Louis Figo oder sogar David Beckham werden gemunkelt. Die ersten größeren Namen auf Spielerseite, die wirklich zu Nuts County kommen, sind aber der schon fast Mitte 30 Jahre alte Saul Campbell, der aber nur wenige Jahre vorher noch im Nationaltrikot auf dem Platz stand und mit Arsenal London im Endspiel der Champions League gestanden hat. Und außerdem kommt Kaspar Schmeichel, Sohn der dänischen Torwart-Legende Peter Schmeichel, ebenfalls ins Team. Und die beiden werden bei dem Viertligisten auch wirklich fürstlich bezahlt. Campbells Gehalt soll bei 40.000 Pfund gelegen haben, das von Kaspar Schmeichel bei knapp 15.000 Pfund. Und ich sage jetzt selbstverständlich noch mit einem kleinen Lächeln und Augenzwinkern pro Woche. Oh, und die ersten Spiele nach der Übernahme werden auch gewonnen. Das erste und auch einzige Spiel, das aber Saul Campbell bestreitet, das geht allerdings verloren. Und Sven Göran Eriksson erinnert sich daran, dass er nicht mal wirklich eine Erklärung von Saul Campbell bekommen hat, warum er nach diesem einen Spiel das Team direkt wieder verlassen hat. Vielleicht war es einfach das ungewohnt niedrige Level, auf dem die Spiele abgelaufen sind oder auch die Tatsache, dass ihm halt versprochen wurde, ey, wir werden hier jetzt nach und nach richtig große Namen ins Team holen, die aber einfach nicht gekommen sind. Warum er gegangen ist, das weiß am Ende des Tages natürlich auch nur Saul Campbell selber. Also, es ist und bleibt irgendwie eine echt seltsame Geschichte, die aber insbesondere für Sven Göran Eriksson nochmal etwas skurriler werden soll. Und das ist der Tag, an dem Russell King ihn anspricht und sagt, Sven, ich brauche dich für ein Geschäft, ja, ist gut für den Verein und ist wichtig für den Verein, du musst mit mir wegfliegen. Und dann sagt Sven Göran Eriksson, Russell, wohin denn? Und Russell sagt, nach Pyongyang. Genau. Also nach Nordkorea. Und Russell King stellt Eriksson dafür Anteile seiner Firma Swiss Commodity Holding Aussicht, von der er sagt, dieses Unternehmen wird in kurzer Zeit das wertvollste Bergbauunternehmen auf der kompletten Welt sein. So, was ist das denn jetzt schon wieder für eine Firma? Russell King möchte gerne in Nordkorea für Swiss Commodity Holding die Schürfrechte für eine ganze Menge Bodenschätze Nordkoreas an Land ziehen. Und das soll dem Unternehmen dann einen Wert von circa zwei Billionen Dollar bringen. Also Millionen, Milliarden, Billionen. Ja, das ist schon sehr, sehr viel. Wenn man diese Geschichte irgendwo auf Englisch liest oder gegebenenfalls was darüber hört, muss man sehr vorsichtig sein, weil da wird natürlich vom Trillion Dollar Deal gesprochen, aber die englische Trillion ist halt nur unsere Billionen. Weil die haben ja das mit der Arde nicht. Zwölf Nullen ist trotzdem beeindruckend. Zwölf Nullen ist definitiv beeindruckend. Die notwendigen Kontakte, um dieses Geschäft abzuschließen, die hat Russell King auch schon längst geknüpft und er hat auch schon erste Verhandlungen geführt und es geht jetzt nur noch darum, den Deal unter Dach und Fach zu bringen. Und ich muss es nur noch mal sagen, zwei Billionen Dollar. Es ist wirklich fürchterlich viel. Und King schafft es tatsächlich, Sven Göran Eriksson davon zu überzeugen, dass dieser Besuch in Nordkorea wichtig für Notts County FC ist. Ja, und so sitzen dann irgendwann Russell King und Sven Göran Eriksson zusammen in einem Flugzeug nach Nordkorea. Sie fliegen nach Pyongyang und werden dort von keinem Geringerem als Kim Jong-nam in Empfang genommen, dem Vorsitzenden des Präsidiums der Obersten Volksversammlung von Nordkorea. Er gilt formell als Nummer zwei der Staatsführung in Nordkorea, direkt hinter Kim Jong-il. Also da geht es schon um richtig was, wenn dieser Mann sich Zeit für einen nimmt. Das ist also für auch Nordkorea schon eine wichtige Verhandlung. Jetzt muss man aber schon wieder eine Frage stellen. Wenn ich doch jetzt über Bodenschätze verhandeln will und da es halt um viel Geld geht, wofür brauche ich denn dann diesen Trainer von dem Viertelgisten? Ja, okay. Einerseits, Nordkorea macht ja fürchterlich gerne Werbung damit, welche internationalen Persönlichkeiten ihr Land besuchen, weil es ihnen da so toll gefällt und weil sie es so super finden. Aber es gibt dann noch eine ganz andere Sache, die zu dem Zeitpunkt für Nordkorea verdammt interessant ist. Wir befinden uns noch im Jahr 2009 und es dauert nur noch ein Jahr, bis die Auswahl von Nordkorea das erste Mal an einer WM-Endrunde teilt. Und so ziehen die Nordkoreaner Sven irgendwann auf die Seite und fragen, ob er ihnen vielleicht helfen könnte. Und Sven Göran Eriksson denkt sich einfach nur, natürlich möchte ich euch gerne helfen, wenn ich euch denn helfen kann. Er denkt in dem Moment an sowas wie, kannst du uns 100 offizielle WM-Bälle besorgen, damit wir damit trainieren können. Aber die Koreaner wollen was ganz, ganz anderes. Sven. Nee, sie wollen auch nicht Sven, aber Sven hat zu dem Zeitpunkt neben der Tatsache, dass er Sportdirektor von Notts County ist, noch eine andere Funktion inne. Sven ist nämlich zu dem Zeitpunkt auch noch Mitglied des Exekutivkomitees der FIFA. Ah. Und das, was die Nordkoreaner eigentlich wollen, ist, dass Sven dafür sorgt, dass sie bei der WM eine einfache Gruppe kriegen. So, weil ihr Ziel ist es, ein Unentschieden bei einer WM Endrunde zu erreichen. So, Eriksson sagt natürlich klar, dass er das nicht kann. Er sagt, das wird halt ausgelöst, er wüsste überhaupt nicht, wie er das machen sollte, sagt, das geht nicht. Ja, und auch das wieder stammt aus einem Interview mit ihm für die BBC, wo er dann wirklich gesagt hat, und ich hatte das Gefühl, dass die Tatsache, dass ich gesagt habe, das wird ausgelöst, das kann man vorher nicht beeinflussen, dass die das einfach nicht verstanden haben. Die haben das in Nordkorea nicht begriffen, dass er gesagt hat, nein, das wird wirklich ausgelöst. Und ich habe gesagt, wie ausgelöst? So ein Quatsch. Er hat gesagt, doch, das wird ausgelöst. Nee, also das konnten sie nicht glauben. Gott sei Dank haben sie, selbst wenn sie ihm nicht geglaubt haben, dass es nicht geht, irgendwann zumindest wieder von ihm abgelassen. Denn es geht ja auch um was viel, viel Wichtigeres, nämlich um verdammt viel Geld. Und Korea hat ja nun mal so das Problem, oder Nordkorea hat das Problem, das ist mit das am höchsten sanktionierte Land der Welt. Die können nicht einfach ihre Bodenschätze verkaufen und denken sich natürlich, okay, da holt jetzt einer die Bodenschätze aus dem Boden, verkauft die zu Weltmarktpreisen und wir werden natürlich viel weniger kriegen dafür, aber trotzdem Milliarden damit in das Land kriegen, was natürlich dem Regime unglaublich unglaublich helfen würde, einfach dauerhaft weiter bestehen zu bleiben. King hat den Nordkoreanern ins Fenster gestellt, dass er in ihrem Land halt die Bodenschätze abbaut und dann irgendwie die Sanktionen überfindet. Und es soll einige Zeit zuvor, also Ende 2008, sollen irgendwo, so ich nenne es jetzt mal, in den Bergbaukreisen Berichte aufgetaucht sein, dass Leute gesagt haben, ey, wir gehen davon aus, dass es in Nordkorea seltene Erden gibt. Und das hätte natürlich nochmal alles mögliche verändert. Aber der Deal, mit Nordkorea, kommt am Ende des Tages nicht zustande. Warum, wird keiner außer den Beteiligten sagen können, aber möglicherweise lag es daran, dass Russell King Nordkorea auch barheinisches Öl versprochen haben soll, schon im Vorfeld. Das Öl ist da aber nie angekommen. Vielleicht aufgehalten von den Westmächten aufgrund der Sanktionen, vielleicht aber auch nie losgeschickt. Auf jeden Fall gibt es diesen Deal nicht. Sven-Georan Eriksson, der will natürlich zu diesem Zeitpunkt schon längst nur noch eine einzige Sache. Nach Hause. Genau, der denkt sich einfach nur, ich möchte bitte, bitte nach Hause oder es wird mir auch schon reichen, irgendwo anders, aber nicht hier. Irgendwo. Und er ist froh, als der Tag des Abflugs kommt und seltsamerweise wird an dem Tag sein Flug immer wieder verschoben und immer wieder verschoben. Auch aus einem Interview mit ihm kommt dann die Geschichte, dass er dann irgendwann den Übersetzer gefragt hat, was denn mit dem Flug los ist und wann sie denn jetzt mal nach Hause fliegen. Und der Übersetzer hat ihm dann keine Zeiteingabe gegeben von der Flieger geht dann und dann, sondern er hat einfach nur gesagt, sie werden heute nach Hause fliegen. Aber Sven sitzt nicht alleine im Flugzeug und King kriegt es irgendwie hin, sich aus dieser Situation wahrscheinlich rauszureden und dann sitzen die beiden im Flieger zunächst nach Peking. Und dort soll King dann sehr hastig aus dem Flieger gesprungen sein. Und durch den Flughafen gerannt sein, um erstmal wieder sofort nach Bahrain abzuhauen. Der scheint sich da sicher zu fühlen, aber er kennt ja auch die Bahrainische Königsfamilie. Mutmaßlich. Mutmaßlich. Für Sven ging es wieder zurück nach Nottingham und zurück zu der sportlichen Herausforderung, den Verein nach vorne zu bringen. Der will einfach diese unglaublich skurrile und seltsame Geschichte und Erfahrung einfach nur noch vergessen. Monto Finance hat den Verein gekauft, dass jetzt dieses Swiss Commodity Holding, irgendwie ihren Deal mit Nordkorea nicht zustande gebracht hat. Was hat das schon mit dem Verein zu tun? Er hat da ja schließlich einen Job. Aber es dauert echt nicht mehr lange, bis nach dieser Reise dann Sven auffällt, dass irgendwas nicht stimmt. Auch wieder aus einem Interview mit ihm kommt die Aussage, dass er dann halt mitbekommen hat, dass irgendwann zum Beispiel der Milchmann gesagt hat, dass er keine Milch mehr an den Verein liefern würde, wenn sie nicht mal langsam seine Rechnungen bezahlen würden. Und das sollte doch bei so einem solventen Verein mit königlichem barheinischem Geld nicht passieren, oder? Wenn man sich einen Sportdirektor für zwei Millionen Pfund im Jahr leisten kann, dann sollte die Milchrechnung auch zu begleichen sein. Und dann bricht das komplette Kartenhaus zusammen. Denn es wird irgendwann tatsächlich klar, hinter Monto Finance steckt Russell King. Und zwar nur Russell King. Keine barheinische Königsfamilie, die mit viel Geld einen kleinen Verein ganz groß machen will. Nun gut, tief durchatmen, weil wir haben ja zumindest immer noch das, was uns direkt am Anfang so beruhigt hat. Wir haben eine Bankgarantie. Eine Bankgarantie von der First London Bank. Das rettet ja nun schon so einiges. Oder? Problematisch daran ist einfach nur, dass die Bankgarantie ein bisschen weniger wert ist, als das Papier, auf dem man sie gedruckt hat. Denn ich habe bei der Geschichte von Russell King noch vielleicht die ein oder andere Sache ausgelassen. Denn man kann es sich auch bei einer Investmentbank eigentlich nicht wirklich richtig vorstellen. Aber Russell King hat es tatsächlich im Vorfeld geschafft, die Bank davon zu überzeugen, ihm, ihm selber 49 Prozent ihrer Anteile zu übergeben, weil er ihnen glaubhaft verkauft hatte, dass er das Vermögen der barheinischen Königsfamilie managt und die Bank damit dann Zugriff auf Millionen und Abermillionen für Finanzgeschäfte kriegen würde. Wenn diese Bankgarantie, die Russell King an einem Sonntag besorgen konnte, wirklich im Detail geprüft worden wäre, man sie gegengecheckt hätte, dann wäre vielleicht auch aufgefallen, dass sie von einem Bereich der Bank ausgestellt worden war, der im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen zum Ausstellungszeitpunkt längst nicht mehr existierte. Und wenn die FA mit ihrer nach eigenen Aussagen total harten Überprüfung der Personen, die einen Verein kaufen wollen, ein wenig stärker nachgefragt hätte, dann wäre sicherlich auch dort aufgefallen, dass Monto Finance nur eine Unterfirma eines Unternehmens namens Quadback Investments ist, das selbstverständlich Russell King gehört. Unglaublich. Und so steht er jetzt, ein kleiner Verein ohne Besitzer, mit wirklich verdammt großen Problemen da. Peter Trembling, derjenige, der zum Verein gegangen ist und gesagt hat, hey, hier ist Monto Finance und der dann auch von Monto als Chef des Vereins eingesetzt wurde, übernimmt den Verein erstmal natürlich für einen Pfund und er und Sven Göran Eriksson versuchen daraufhin verzweifelt irgendwelche Investoren zu finden, die den Verein übernehmen. Aber es ist dann tatsächlich wieder John Armstrong Holmes, also wieder der Supporters Trust, der einen Geschäftsmann findet, der den Verein übernehmen und stabilisieren will. Aber es wird diesem Geschäftsmann nach seiner Übernahme 1 sehr, sehr schnell klar. Der Glaube daran, dass der Verein jetzt im Geld schwimmt, auch wenn er nur für ein paar Monate da war, war teuer. Sehr, sehr teuer. Und Notts County hat inzwischen schon über sieben Millionen Pfund Schulden angesammelt. Der neue Besitzer hat natürlich keine Summen wie das bayerische Königshaus am Start und will solche Summen auch ganz sicherlich in den Verein investieren. Und jetzt wird erstmal der Rotstift gezogen. Und der Erste, der dem Rotstift zum Opfer fällt, ist selbstverständlich Sven Göran Eriksson, der schon an seinem ersten Arbeitstag für den Verein viel zu teuer gewesen ist. Und der halt auch von sich aus gesagt hat, ganz ehrlich, ich möchte selber nicht in diesen Verein investieren. Ich möchte da gerne für zwei Millionen Pfund Sportdirektor sein, aber nicht mein eigenes Geld reintun. Und ja, auch Kaspar Schmeichel zum Beispiel ist dann nicht mehr lange im Team. Also das, was teuer ist, wird auch sehr schnell dann abgestoßen. Aber dieser neue Besitzer, der verspricht den Fans des Vereins eins. Und das ist das, was sie am meisten wollen, nämlich Stabilität und die Tatsache von, dieser Verein geht nicht unter. Und den Nords County FC gibt es auch heute noch. Ganz im Gegensatz zur First London Bank, denn die geht im Jahr 2010 in öffentliche Verwaltung. Und seien wir mal ehrlich, wenn dir als Bank so ein Fauxpas unterläuft, dann sollte es diese Bank vielleicht auch wirklich besser nicht mehr unbedingt geben. Ja, da stimme ich vollkommen zu. Aber was ist denn jetzt mit Russell King? Der ist ja, nachdem er aus Nordkorea geflohen ist, erstmal wieder nach Bahrain gegangen. Ja, der muss sich wahrscheinlich erstmal mit der Königsfamilie beraten, wie es denn weitergeht. Ich mache hier jetzt nochmal einen weiteren kleinen Exkurs zu Russell King. Denn natürlich wird in England jetzt genau geguckt, alles klar, wo steckt der mit drin? Wo finden wir den Namen Russell King? Und Russell King hat ja immer behauptet, er hat mit Bunto Finance nichts zu tun und alle möglichen Dokumente und E-Mails werden natürlich auch zu diesem Fall dann gefunden und sichergestellt. Aber weil Russell King ja auch wusste, ich darf nirgendwo auftauchen und es ist ja auch viel besser, wenn man nirgendwo auftaucht, weil dann ist man ja raus, hat er alle von ihm unterzeichneten Verträge, alle E-Mails und so weiter, was er unterschrieben hat. Mit dem einen Namen unterschrieben, der in dieser Situation der einzig passende ist. Denn Russell King ist ja Robin Hood? Wesentlich passender. Denn Russell King ist ja der Mann, dessen Namen nirgendwo auftauchen soll. Man könnte also fast sagen, er ist der, dessen Name nicht genannt werden darf. Und so ist alles an Dokumenten und E-Mails, die man findet, unterschrieben mit Lord V. Für Lord Voldemort aus den Harry Potter-Klisten. Nach seiner Ankunft in den Bahrain haben die bahrainischen Behörden ihm aber erstmal den Pass abgenommen und dementsprechend sitzt er, nachdem er da angekommen ist, auch jetzt erstmal in Bahrain fest. Aber wenn man in Bahrain ist, da kann man ja auch wieder super neue Geschäfte machen, oder nicht? King erinnert sich an seine früheren Zeiten zurück, als er mit der Celebrity Group Holding mehrere Zeitschriften herausbrachte und er gründet kurzerhand die Financial Times Business Arabia und verkauft für ordentlich Geld Werbeplatz in der Zeitung und legt dabei natürlich nahe, dass es ein Ableger der renommierten und bekannten Financial Times ist, was selbstverständlich wiederum vollkommen frei erfunden ist. Die Leute, die für ihn schreiben, die bezahlt er auch, sowohl unregelmäßig als auch manchmal einfach gar nicht. Das Ganze geht so weit, dass auch die bahrainischen Behörden irgendwann mitkriegen, dass da dieser Typ ist und der fängt an ihnen irgendwie auf die Nerven zu gehen. Und dementsprechend wird er im Jahr 2018 nach England zurückgeschickt und wird da dann auch verhaftet. Am 27. Juli 2018 wurde King vor dem Jersey Royal Court wegen 25 Fällen von Betrug und Diebstahls angeklagt. Und das sind Fälle, die sich 2008 ereignen, als er selbst in Jersey lebt. Unter anderem soll er die Belgravia Financial Services Group in betrügerischer Absicht verkauft und Konten gefälscht haben. Und die Veruntreuung lag schätzungsweise in der Größenordnung von 16 Millionen Pfund. Im April 2019 wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt, weil er eben auch nochmal zusätzlich diese 670.000 Pfund gestohlen hatte und er wurde im August 2019 aufgefordert, 320.000 Pfund zurückzuzahlen oder eine zusätzliche Haftstrafe anzutreten. Im Jahr 2021 wurde er aber entlassen, weil benommen hat er sich sicherlich gut und er ist mit Sicherheit auch mit allen im Gefängnis äußerst gut ins Gespräch gekommen. So wie er das sein ganzes Leben lang sehr, sehr gut konnte. Ich konnte nichts dazu finden, ob er auch für seine Betrügereien mit der First London Bank oder dem Verein direkt belangt wurde oder werden konnte. Auf jeden Fall ist er aktuell wieder auf freiem Fuß und lebt halt einfach sein Leben. Unglaublich. Ein kleines Happy End hat diese Geschichte aber. Ja, und das ist wirklich so, als kleines Schmankerl möchte ich euch das echt nicht vorenthalten. Nach dem ganzen Chaos um den Verein, nach der Übernahme durch den Geschäftsmann, den John Armstrong Holmes finden konnte, um den Verein zu retten, hat das Team in der Saison 2009, 2010 nur noch ein einziges Spiel verloren und steigt am Ende als Tabellenerster von der Vierten in die Dritte Liga auf. Sehr schön. Das konnten sie zwar nicht lange halten, aber trotzdem war das schon wahrscheinlich zumindest für die geschundenen und leidensfähigen Fans eine echte Entschädigung dafür, dass sie jetzt doch nicht kurzfristig in die Premier League und in die Champions League wechseln können. Sehr schön. Und das war die Geschichte der kurzfristigen Übernahme von vom Notts County FC durch die barenische Königsfamilie. Oder halt nicht. Also ich kannte da nichts von. Ich bin ja bei Fußball generell irgendwie ein weißes Blatt und fantastisch. Also wirklich, ich mag ja immer so Räuberpistolen, auch wenn ich eigentlich lieber die sympathischen Räuber mag und denen es nicht gerade so in die Richtung packen würde. Aber großartige Geschichte, ganz tolles Ding. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Irgendwie denkst du auch immer, skurriler kann es nicht mehr werden. Ich hatte auch, als ich es das erste Mal darüber gelesen habe, dachte ich echt so, alter Schwede, das ist ja verrückt. Aber da war ich noch überhaupt nicht in Nordkorea angekommen. Die besten Geschichten beschreibt einfach am Ende des Tages immer noch das Leben. Hundertprozentig. Ganz klar. Ja und solche gibt es nächste Woche natürlich auch schon wieder, denn wir werden selbstverständlich weitermachen mit dem, was wir tun. Und wenn es euch genauso gut gefallen hat, wie es mir gerade gefallen hat, dann könnt ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen oder Sterne uns überall gut bewerten, wo es geht und selbstverständlich weiterempfehlen bei Freunden, Familie und Bekannten. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, geht das mittlerweile auch. Bei uns auf der Webseite findet ihr Hinweise dazu. Es gibt dort eine PayPal-Adresse. Und ganz generell muss ich sagen, bleibt weiter neugierig und wir hören uns schon am nächsten Freitag wieder. So sieht das aus. Dementsprechend bis nächsten Freitag heißt es nur noch Tschüss. Wissensreisende.